Herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zum allerersten Vlog in diesem Jahr. Als erstes könnt ihr gleich mal sehen, wie unsere Spülmaschine vorhin mal kurz aufgegeben hat. Da hat dieses Wassersymbol geblinkt und ich dachte, dass es dann, weil die kein Wasser kriegt, aber wir haben den Zulauf getestet und auch sogar sauber gemacht. Und scheinbar war es der Ablauf, hoffen wir. Also jetzt gerade, ich weiß nicht, ob man es hört, läuft die Spülmaschine, wir haben die Pumpe sauber gemacht. So sieht es aus, wenn man der Meinung ist, die Pumpe von seinem Geschirrspüler sei. I-Alter-Seite-Fekt und jetzt versuchen wir das noch irgendwie auszuspülen. Das war doch das jetzt schon, oder? Ja, mach doch mal auf. Und jetzt kannst du da mal reinführen. Da ist nichts mehr drin. Also brauchst du jetzt alles wieder zusammen. Da ist nichts mehr drin. Da ist nichts mehr drin. No filter, I got no filter 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 Hey man, can I get a favor? Yeah, sure, hot, no, see you later Sometimes I just wanna be a hater Gotta wash down the top 40s with a chaser Your voice starts feeling like a waiter Scraping my mind against your cheese grater Before you go, sir, you have to sign a waiver That's alright, I'm aware of the danger You wanna get away? You better get in line Won't go another day of wasting any time I've got a lot to say Can't hold it in this time Got no filter, I got no filter 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 I've never slow up, no I don't take shit I got no filter, I got no filter Untertitelung. BR 2018 Sorry für die schlechte Bildqualität, aber ich musste einfach jetzt mal ranzoomen. Es ist super, dass wir gerade die Wäsche rausgestellt haben und eine Sekunde später fängt es heftig an mit Schneiden. Wobei ich Schnee immer noch nicht so tragisch finde, die mir regen. Weil den kann man ja eigentlich noch abpusten und von der Wäsche runterschütteln. Aber trotzdem, ganz, ganz, ganz tolles Timing. So, Papier. Ja, das wird jetzt noch der Einkaufs... Wie nennt man das denn? Oh, ich bin ja völlig verwirrt gerade. Ich mach halt einfach einkaufen. Ja, aber das hat einen Namen. Guck mal, Milch. Das zeigen wir jetzt lieber nicht. Wow, 0-0. Ja, gut, freies Rad, also fast peinlich. Tomaten. Tomaten. Noch mal Tomaten. Blueberries. Gurke. Auch Zwiebeln. Kali hat sich ausgesucht. Das ist der besagte Smart-Joghurt. Ah. Der kann schon kippen. Da hab ich noch Joghurt für mich. Da hab ich noch nicht viel. Und Kali hat sich noch so ein Eckeres gesucht. Na, Mango. Ich hab gekauft Bananen. Äpfel. Und ich hab gekauft eine Ananas, weil du hast die ganze Zeit gesagt, du willst dieses komische Püriere-Ding eigentlich mal ausprobieren. Ja, wirklich. Und deswegen hab ich jetzt so Zeug geguckt, was du da drin schmeißen kannst. Okay, das ist sehr gut. In der Hoffnung, dass du das auch magst, ja, aber eigentlich ja, weißt du, Limonze. Ich konnte nicht widerstehen. Das war im Angebot. Ich liebe Knoppers. Ah ja, eins hab ich schon gegessen, siehst du. Ja, siehst du, ich hab eins mitgebracht. Aber ohne. Mit? Nein. Einmal Salami. Dunkeln. Über eine Angebote, ich wollte Mandarinen haben. Hab diese Wattestäbchen schon gekauft. Dings. Feta. Feta. Hier, Couscous Vollkorn steht da. Ja. Ist das richtig? Bestimmt. Was ist bitte das hier? Das hab ich noch nie gesehen. Das ist eigentlich ziemlich wild. Falsch mal. Mahltaschen mit, Mahltaschen ohne. Kaffee. Wie lange im Kopf. Wie sich wieder schmeckt. Malte mein Angebot. Da, den, kam. Ist das das, was ich haben wollte, ne? Tomatenmarkt, Würzgemüse, zweifach konzentriert. Tomaten aus Italien. Boah, das könnte ich einfach pur essen, die ganze Tube nah. Das ist so lecker. Das ist ekelhaft. Aber. Und weil ich das gesagt hab? Ja, ich hab das drauf gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt vielleicht sogar zwischendurch snacken kann. Ende. So, das war's auch schon mit dem Video. Falls ihr euch wundert, warum bei den ganzen Zeitraffern überall einfach nur Tim die ganze Zeit rumgerannt ist. Ich, ähm, soll mich aktuell ein bisschen schonen gesundheitlich. Und deswegen verbringe ich eigentlich den ganzen Tag auf dem Sofa liegend. Ähm, genau. Genau, und wenn Tim da ist, dann ist das natürlich super. Dann kann er, ähm, die Wäsche falten und sowas. Genau, ähm, ich hoffe natürlich, dass ich bald wieder irgendwie mehr machen kann. Ähm, ja, werden wir sehen. Ähm, schaut gerne auch unser letztes Video an. Das ist ein Vlog aus dem Legoland. Da haben wir euch, ähm, über, ja, drei Tage mitgenommen. Genau, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.